hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren video von mir ist heute wieder riesig dass ihr heute eingeschaltet habt und ja heute möchte ich mit euch über die folgenden spannenden themen sprechen als allererstes gucken wir uns eine gigantische transaktionen von einem silk road wallet an das knapp 960 millionen us dollar umfasst außerdem gucken wir uns an wie die us wahlen durch blockchain technologien unterstützt werden und zu guter letzt gucken wir uns noch an warum der bitcoin ein bestimmtes niveau halten muss um ein massives aufwärtspotenzial zu haben gucken uns das allererste thema und hierbei geht es natürlich um das wallet über das wir bereits in der vergangenheit gesprochen haben das silk road wallet was knapp eine milliarde us dollar umfasst und netterweise hat eine zuschauerin mir die information heute morgen zugeschickt dass dieses wallet eben ausgeräumt worden ist das kann man natürlich wunderbar über blockchain.com verfolgen wenn man eben den public key kennt und das ganze hat uns natürlich dazu gebracht dass ich mich in dem fall hiermit auseinandersetze gibt glücklicherweise auch entsprechende informationen dazu es war nämlich so dass ja diese wallet.dat datei im umlauf war gerade in der hacker szene haben sehr sehr viele versucht sich mit dem thema auseinanderzusetzen um dieses wallet eben leer zu räumen es geht nun mal um knapp eine milliarde us dollar in form von bitcoins das heißt also dort liegen knapp 70.000 bitcoins und das ist natürlich etwas was es zu hacken sich lohnt und das ganze ist nun tatsächlich scheinbar passiert man weiß noch nicht wirklich wer es am ende war ob es tatsächlich hacker waren die es hinbekommen haben endlich den zugang zu bekommen oder ob es vielleicht in dem fall der silk road gründer selber war der aktuell ja hinter gittern sitzt das ganze wirft natürlich einige fragen auf in dem fall ist es so dass diese transaktionen in zwei verschiedene transaktionen aufgesplittet wurden das bedeutet also als erstes wurde ein bitcoin transferiert wahrscheinlich als test und danach wurden eben die übrigen 69.369 bitcoins weitergeleitet es könnte also sein dass man hier eben versuchen möchte eben als ziel der hackerangriffe so ein bisschen aus der sichtweise heraus zu rutschen weil es eben dann nicht mehr möglich ist über diese wallet.dat datei an den private key an ranzukommen es könnte natürlich auch sein dass hier in dem fall also wirklich ein hacker sinn bekommen hat letztendlich diese datei zu knacken man wird das wohl nicht herausfinden und wahrscheinlich wird auch am ende die person die das jetzt geschafft hat in irgendeiner art und weise diese riesigen bestände zu verschieben nicht preisgeben dass er das hinbekommen hat am ende geht es nun mal um unglaublich viel geld das eben jetzt wahrscheinlich weiter geschoben wird damit man also in zukunft letztendlich die spuren weiter verwischen kann und so das ganze wird wahrscheinlich auch mit einigen mixern dann weiter transferiert nehme ich mal an das ist aber natürlich nur spekulation auf jeden fall ist es so dass der letztendliche betreiber der silk road ross ulbricht im jahr 2013 ja verhaftet wurde und dass seitdem eben diese wallet.dat datei in den hacker kreisen unterwegs war viele haben versucht eben die datei zu knacken und es ist nun mal so dass er zwar immer noch informationen raus gibt über den kryptomarkt es gibt also periodische analysen zu dem ganzen thema das große problem ist aber dass er kaum möglichkeiten hat hier entsprechende informationen heraus zu geben weil er eben kaum informationen hinter gittern bekommt er sitzt letztendlich doppelt lebenslang hinter gittern das sind natürlich knapp 30 jahre und das ist eine riesige zeitspanne die ja also absitzen muss und dadurch dass man natürlich kaum rechte hat hinter gittern wird er das wahrscheinlich nicht gewesen sein also wäre es sehr interessant zwar zu wissen wer letztendlich das ganze hinbekommen hat weil das natürlich fragen aufwirft ob letztendlich private keys wirklich geknackt werden können das werden wir aber in der art und weise eben erstmal nicht herausfinden was auf jeden fall feststeht ist dass jemand tatsächlich knapp eine milliarde us dollar in form von bitcoins verschoben hat und das ist auf jeden fall ein dickes ding und mal sehen was es in der nächsten zeit hierzu noch für informationen gibt gucken wir uns das zweite thema an und hierbei geht es natürlich um die us wahlen ein super spannendes thema viele erwarten dass die us wahlen sich auch auf den bitcoin preis auswirken werden das ganze werden wir sicherlich im laufe des tages noch mitbekommen das ganze thema rund um die wahlen beschäftigt uns natürlich den ganzen tag donald trump gegen joe biden beide haben hier ein kopf an kopf rennen bis jetzt hingelegt und man wird eben im laufe des tages wahrscheinlich noch mitbekommen wer letztendlich hier die präsidentschaftswahl gewinnen wird das spannende dabei ist aber dass die die associated press ap in dem fall also die offiziellen ergebnisse der us-präsidentschaftswahlen auf der ashrine block chain sowie auf eos veröffentlichen werden wird und das ist auf jeden fall ein super schritt nach vorne weil man natürlich hier technologie mit eben einem wahlergebnis zusammenbringen kann das ganze ist natürlich deswegen so interessant weil man dann die ganzen gerüchte rund um manipulationen und so weiter direkt entkräften kann weil man natürlich die block chain technologie benutzt und eben sicherstellt dass es hier keine veränderung der daten und der ketten und so weiter gibt was natürlich super wichtig ist in dem fall ist die associated press ein institut welches sich bereits seit 1848 mit dem thema der ergebnisse der us wahlen eben auseinandersetzt beziehungsweise diese entsprechend veröffentlicht und dazu hat einer der führenden mitarbeiter auch folgendes gesagt die associated press ist der goldstandard für die auszahl zählung der wähler stimmen und die veröffentlichung der wahlgewinner und das ist natürlich ein entsprechend wichtiges gremium kann man sagen in dem fall wird natürlich nicht durch sie entschieden aber sie veröffentlichen letztendlich das richtige ergebnis und das ist natürlich auch wichtig dass hier die daten stimmen gerade weil wir in einem zeitalter leben in dem das thema fake news immer wieder aufgeworfen wird und auch die letzten us wahlen die waren natürlich im schatten der ganzen russland affäre und so weiter ja man hat den russen ja vorgeworfen die wahlen hier zu manipulieren und so weiter das ganze thema ist also höchst brisant und ich hoffe natürlich dass wir hier diese block chain basierte lösung haben um zukünftig eben diese problematik nicht mehr mit aufzuzeigen ich bin gespannt ob das in der art und weise funktioniert in dem fall arbeiten sie ja auch mit everypedia zusammen einem konkurrenten von wikipedia der eben vollständig block chain basiert agiert und auch den chain link oracle service nutzt um sicherzustellen dass externe daten auch korrekt sind man sieht auf jeden fall einen massiven meilenstein für zukünftige wahlen und ich hoffe natürlich dass dieses ganze thema auch in anderen konzepten eben umgesetzt werden kann beziehungsweise ja häufiger benutzt werden kann egal wo auf diesem planeten um letztendlich eben auch das thema manipulation und so weiter bei wahlen vorzugreifen und diese probleme langfristig zu lösen sieht auf jeden fall so aus als würden wir hier wichtige schritte gehen die eben dazu führen dass eben die block chain technologie einen höheren stellenwert in zukunft haben wird und das ist auf jeden fall etwas worüber wir aus meiner sicht sehr dankbar sein können dass eben diese möglichkeiten nun bestehen weil dieses thema natürlich sehr sehr viele auswirkungen auf die menschen und die ganzen gesellschaftsschichten haben wird gucken wir uns nur noch das letzte thema an und hierbei geht es um einen trader der davon ausgeht dass wir eben ein massives aufwärtspotenzial sehen werden in dem fall geht es natürlich nicht nur um die wahlergebnisse die sich um den bitcoin kümmern werden in dem fall natürlich entsprechende auswirkungen haben können sondern wir sehen eben auch dass eben der bitcoin immer ab einem bestimmten niveau eben anfängt so ein bisschen sich zu konsolidieren wir haben alleine am heutigen tag von 13.400 dollar richtung 13.800 dollar eben aufrücken können und das sieht so aus als würden wir an diesem niveau jedes mal so ein bisschen abprallen es gibt eben einen sehr hohen verkaufsdruck zwischen 13.800 und 14.000 dollar der sehr sehr intensiv ist und das ist sehr sehr schwer diesen durchbruch hinzubekommen aber es ist eben der wichtigste schritt um letztendlich diesen massiven aufwärtstrend eben hinter uns zu bringen beziehungsweise diesen eben auch in der art und weise zu starten wie wir uns das eigentlich wünschen würden in dem fall kommentiert das ein trader damit dass eben ein schlusskurs von über 13.950 dollar wichtig ist um eben ein massives aufwärtspotenzial zu haben in dem fall ist es ja auch so dass die bitcoin bullen überhaupt keine angst haben gerade rund um das thema wahlen es ist eigentlich so dass das ganze bärenfreundlich ist und man eben davon ausgehen kann dass es sehr sehr turbulent wird in dem fall ist es aber eher nicht so der bitcoin der agiert sehr sehr ruhig soweit und schafft es eben das niveau soweit zu halten aktuell und konsolidiert sich nicht weiter das entscheidende niveau was wir letztendlich brauchen als startschuss damit der bitcoin eben diesen aufwärtstrend durchführen kann ist letztendlich die marke von 13.960 dollar das ist letztendlich das entscheidende niveau da muss der bitcoin schließen um eben eine massive ausweitung der jüngsten aufwärtstrends zu erreichen das wurde von einem analysten auch noch mal so zusammengefasst und er schrieb dazu bitcoin kein interesse zu shorten außer bei den höchstständen oder wenn wir diese höheren tiefstände nicht durchbrechen die er weiter drückt unterhalb der swing hochs vom juni 2019 ist das wahrscheinlich ein anständiger short gegen mitte der 12.000er oberhalb von 13.950 auf schlussbasis und dann ist der startschuss man sieht also ganz klar dass es noch in die heiße phase im jahr 2020 gehen kann bedeutet also dass wir vor allem in den kommenden zwei monaten noch mal ein starkes potenzial haben dass es also zu einem aufwärtstrend kommt dass wir im besten fall sogar einen wert von über 14.000 bis zum jahresende sehen können und dass es gegebenenfalls sogar noch weiter nach oben geht denn es gibt ja viele aussagen dass man vor allem eben über 14.000 dollar erstmal keine widerstände haben soll ich bin sehr gespannt ob das der wahrheit entspricht oder ob es dann nachdem wir es wieder mal geschafft haben wieder zu einer starken konsolidierung führen wird das wird sich am ende zeigen ich bin sehr optimistisch dass der bitcoin sich weiterentwickelt dass eben auch die preisgestaltung positiv aussehen wird und dass wir dann im besten fall natürlich auch werte über 14.000 dollar am ende des jahres sehen werden was glaubt ihr was am jahresende jetzt noch passieren wird schreibt es gerne mal unten in die kommentare ansonsten hoffe ich natürlich dass euch dieses kurze und informative video gefallen hat falls es so war würde ich mich riesig über den daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere videos zu dem oder anderen themen sehen wollt dann solltet ihr auf jeden fall direkt erstmal ein abo da lassen ansonsten hören und sehen wir uns die tage wieder tschau tschau